Ich glaube hier waren wir schon mal. Ich glaube wir sind gerade im Kreis gelaufen, weil wir sind bei den Claptraps. Na, du bist doch hier bei dem End, wo du gesagt hast, hä, wo geht's denn hier runter, kann das sein? Ne, der Wolf hier, wo geht's denn hier weiter? Krieg ich's hier unten weiter? Ah, ich hab's gefunden, hier geht's weiter, bei Tennis. Ja, warten wir mal bitte kurz, warten wir mal bitte kurz. Das andere war bloß versteckte Loot sozusagen. Oder halt um das Level nicht so schlau für mich erscheinen zu lassen. Ja, oder das. Bereit? Nein. Aber ich würd's eher für versteckten Loot. Mach doch einfach, der ist da. Ich hatte den so schön im Hop. Ich hab den auch genau im Kopf und der ist trotzdem so ausgewichen. Haha, erwischt! Jetzt linkschürzt. Fallskäfer! Combat Rifle mit 94 Schaden, brauchst du jetzt alles nicht mehr. 300er Shield, braucht man alles nicht. Ich würde jetzt von denken, dass er einen dritten Spieler mitlaufen hat. Ja, du hast doch auch einen über 400er Shield, oder? Und ein Combat Rifle ist für dich doch eigentlich nicht interessant. Ja, SMG dann doch lieber. Ja, es war kein SMG. Wie hoch ist denn dein Shield? 448. 528. Echo-Konsole gefunden. Ach, das ist Echo-Konsole, okay. Nutzt die mal, ne? Reaktivierung des Echo-Netzwerkes. Transmitter-Konsole reaktiviert. 1 von 3. Mal weiter ran. Ja, wir müssen die anderen jetzt. Die anderen Konsolen. Ah, jetzt geht's hier auf. Ich will, dass so ein Auto haben zum Rumdüsen. Da. Da stehen sie. Übel dich haben. Oh, 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 oh Mann, weh die Elite! So, wenn du den Kopf frisst, dann dreht der immer seinen Kopf so weg und dann schießt er aufs Schiff zum nächsten Schuss. Geht doch! Aber ich krieg meine Munition nicht mehr aufgeladen. Frau Ballert zieht sie zu schnell mit der Waffe. Ich sag doch, bei 13er Schussfrequenz ist schon... Vor allem hat die auch so ein übelst riesiges Magazin. No, muss nie nachladen. Dann musst du nie nachladen. Ist nur am draufrotzen. Dann sind wir hier raus? Ja, wir müssen hier raus irgendwo, wir müssen woanders hin und reaktivieren. Dann lass mal verkaufen wieder. Ach nee, genau, jetzt sind wir in der richtigen Burg sozusagen von denen drin, vom Crimson Lance. Da ist ein Ankerkaufsautomat. Da sind sehr viele Gegner. Die sind Verkaufsautomaten. Ja, Leute, hier sind Gegner. Hast du die, warum hast du die angelockt? Ich hab die nicht angelockt, die kamen automatisch. Kriegen sie sich, lass sie kämpfen, lass sie kämpfen. Die bekämpfen sich. Ach nee. Aber wir können trotzdem drauf schießen, also... Aber wir können trotzdem drauf schießen, also... Sollen wir die Crimson's angreifen? Wir greifen momentan die Wächter an. Du? Ich glaub, irgendwelche haben mich jetzt die Akkos näher oder nicht? Nein, nein. Tausend... Ja, ist das tot. Also tausend XP für so ein Wächter, ne? Ja. Nächster. Ich glaub, jetzt müssen wir uns in so'n Dicken mal kümmern. Jep. Oh, ich hatte zum Inventar. Ich würd die, äh, die Gesetzes wieder nehmen. Wenn die noch beschäftigt sind, dann können wir in Ruhe die anderen abknallen. Cool. 1,1 Millionen. Poser. Poser. Ich bin bei 990.000. Und... 1,1, da hast du schon 100.000 über die Millionen drüber? Ja. Wie gesagt, Poser, aber du kriegst doch die ganze Zeit die Lidern und blauen Waffen, von daher... Ey, du musst jetzt gleich mal wieder was einsammeln, wenn wir wollen. Ich sammle doch die ganze Zeit die ganzen grünen und weißen Sachen ein und verkaufe sie auch da und trotzdem hilft's nix. Also wenn du irgendwie... Ist mir schon klar, wenn du Waffen findest, die 20.000 wert sind und dir nix bringen. Warum gibt's ja keinen Fahrzeugstützpunkt? Ich kann das nicht durchpacken. Ich weiß, dass es kein Fahrzeuglevel ist. Die waren jetzt echt so fett. Bist du aber nicht der einzige der Schaden macht? Ich mach 1000 Schaden mit einem kritischen Treffer von meinem Revolver. Ich mach mit der SMG genauso viel Schaden wie ihr. Nee, das halte ich für ein Gerücht, weil wir haben einen Bonus-Schaden für so einen Waffen, die wir schon die ganze Zeit benutzen. Ich hab auch aber 1000 XP dich jedes Mal für jeden Gegenzug. XP kriegst du genauso viel? Ja, aber ein Schaden macht nie genauso viel. Das ist das Ampflos-Kredig. 138. Rück 500er-Quids raus. Und das bestimmt bisschen öfter als du. Hört auch anzunehmen. Drüben geht es weiter. Ja, block mich. You blocked me on Facebook. Sei froh, dass du kein Counter-Strike schlippelst. Ja. Ja, ich glaube. Da verstehe ich auch deutlich mehr daneben, würde ich behaupten. Ja, also ich. Ja, das stimmt. Also ich treffe ungefähr den zweiten Schuss. Okay, das war nie. Mach mal das Gatling-Geschütz. Aber das Gatling-Geschütz nicht. Bin mir dann ganz sicher. Gatling-Geschütz weg, okay. Aua. Aua. Okay. Okay. Geht doch. Komm her! Warte. Nee. Ist ja schwach. Wenn es immer schwacher als meins ist, dann braucht er so nie nehmen. Explosiv-Kontaktwäsche, wieder ein 83er-Schaden. Lalalalalala. Oh, cool. Das nehme ich jetzt aber. Ups. 41 Schild. Ja, ist das schön. Jetzt haben wir alle über 500. Im Schild. Haben wir. Geht's hier noch höher? Geht's noch weiter raus? Genau. Geht's auch noch raus? Ja. Machen wir was von hier? Ja. Auf und hier raus. Geht nicht auf. Wir müssen da lang. Also zumindest für mich geht's nicht auf. Ah, Echo-Kontrolle. Wir sind aber bestimmt hoch. Denk ich auch. Ging halt vorher nicht. Du bist zu fett, Felix. Ach, uah. WTF. Ja, was nimmst du? Raus. Hinter den... Hinter diesen... Turm. Ja. Uh, ne goldene Pistole. Nice. Das ist meine. Ich hab nur 13.000 wert. Im Glück gleich zu der anderen Lidernen, die jetzt 20.000 wert ist. Warum ist die so scheiße? Ach, weil meine Level 33 ist, die ich hab. Na toll, hab ich eine goldene Pistole gefunden und was kann ich mir denn machen? Sie verkaufen. Okay, sie hat 64 Munition, aber... Warte mal, Benni. Meine andere hat 105 Schaden. Ne, ich hab zwar nur 64 Schaden. Wie viel macht die andere? Weniger, ne? Deine Pistole. Okay, die ist schon lustig, weil ich da ewig draufhalten kann. Jetzt ist Magazin leer. Okay. Machen wir weiter. Wir brauchen ja eigentlich welche runterdrucken. Leute. Was darf das dann? Ne. Das war ein Magazin. Ich brauch noch einen Moment. Ach so, ja, jetzt haben wir ein Magazin. Aber ich hab auch bloß 83. Oh, wir müssen hier durch die ganze Karte, oder? Wahrscheinlich. Sieht so aus. Was ist denn das hier für ein Bollwerk? Das war ehmals das Gettling geschützt drauf. Ach so. Das ist ja gleich einiges. Oh. War ich etwas außerhalb? Ha. Das Geschütz, Alter. Welches Geschütz? Na hier an der Seite, wenn du zu weit außerhalb bleibst. Ach so. Ja. Warnung, sie werden terminiert. Wenn man jetzt in Frauen stimmelt, würdest du das gerne öfter sagen lassen, ne? Hm. Wir müssen eigentlich... Wir müssen jetzt außenrum fahren, oder was, Felix? Äh, Marco. Wir müssen jetzt außenrum fahren? Eigentlich müssen wir genau einmal quer durch. Nö. Außenrum fahren gehen wir noch gar nicht. Lass dich mal. Was ist denn das für ein Mist? Wieso kann man sich hier ein Auto holen? Hä? Wahrscheinlich für die nächste Karte, oder so. Wenn du bis zum Ausgang fahren kannst. Mich heuer ist das denn, bitte. Bin immer noch am... Am Munition... Ah, jetzt. Munition-Regulation. Fertig. Mann, 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 sei doch nicht so uniduldig. Ich bin immer sehr uniduldig. Oh, Gegner. Mal Waffe ausprobieren. Hm. Okay, die... Ah, kann mich halt direkt davor stehen jetzt, und es muss noch fallen. Beim Knallhaufen. Ich seh schon durch die XP-Zahlen. Und jetzt, wenn ich ankomme, hab ich nichts mehr zu tun. Kann ich das Abenteuer-Dauerfeuer... äh, Dauerfeuer-Abenteuer machen? Oh, ich hab irgendwas Goldenes gedroppt. Ich glaub, ich hab noch was geschafft. Hier, ich hab noch was geschafft. Hm, goldene Combat-Rifle. Level 28 allerdings. Haaaah! Noch schlechter als meins, bei meins und Level 30. Combat-Drivel war doch noch eins. Ja, mit der kann er bestimmt genauso wenig anfangen, weil die 9000-Werte ist. Und der hat bestimmt auch eine, die 30.000-Werte ist. Das ist genauso wie bei mir, wo ich auch gedacht bin. Meine aktuell ist 34.000-Werte. Hallo? Ja. Ich könnte mal ne bessere Schrotflinde gebrauchen, aber... Schrotflinde? Soll ich mal kurz nachgucken? Nö, nö. Nö. Wenn man irgendwann mal wieder in den Abfall fallen sollte. Wo? Ich glaub, das sind viele, oder? Ich dachte, wir kommen mit, deswegen... Jaja. Ach, lecker. Nee. Immer noch nicht. Toll! Ich komm an! Deswegen! Im Gruppenspiel ist seine Fähigkeiten ziemlich sinnlos. Voll gestürzt halt. Hey, stärker! Hey, cool! Ah, da ist wieder so ein Minigun! Weg, Minigun! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Yes! Kabute! Ah, irgendwie sehen die Stützpunkte wirklich alle gleich aus, ey! Ja, wie gesagt, das ist... Ja, wie gesagt, das ist... Da, finde ich, haben sich bei Bolons 2 deutlich verbessert, was das angeht. Was die Vielfalt der Spielwelt angeht. Ich hätte jetzt eh benutzen, aber ich kann nichts benutzen. 83er-Granaten... Habe ich schon jede Menge gefunden, hab ich immer gesagt. Und können er wohl zusammen. Äh... 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 Weil die Granaten... Granaten, was echt keiner will. Nee, es gibt einen Schaden. Der ist 83. Das... meinte Marco. Ich glaube, wir müssen diesmal hier oben rein gehen, weil unten rein geht's nie. Aber oben rein geht's. Cool, dann gehen wir oben rein. Zum Glück sind die Tür nie abgeschlossen. Ich hab natürlich voll am Stattpfeiler hängen. Aber ich bin der Erste, der durch die Tür geht. Stimmt gar nicht. Ich hab auch schon längst hier und hab's aktiviert. Ja, nee, Marco... Ich meinte hier mit Marco halt zum Schleppkau. Ich war von Sven der Erste, der durch die Tür geht. Ist jetzt auch nie so schwierig. Hier ist Bewaffnung! Das ist großartig! Wie halt schon wieder der Schaden für'n Arsch ist. Für mich war's grad besser. Ist doch, ob das 5000 wäre, der Drecksding. Drecksding! Ich bin bei 998.000. Geht unten raus. Ja, aber auch rein ging's nie unten. Achso. Hey, und jetzt laufen wir genau in die Mitte und eben über die Brücke mitten rein. Ah, na, die Waffen sehen nicht bei Burlands 1 auch irgendwie noch alle gleich aus. Das erinnert sich dann auch. Man noch besser sammeln. Ja. Ja, du siehst halt auch... Da, wo wir hin müssen. Da, wo wir hin müssen, du Held. Wehlaufen, Erich und der Dritte nahe. Aber gleich mal der Dritte, wo wir hin... wo wir hinlaufen. Ich hab' den Dächter aufgehoben gestohlen. Ach, der ist doch gar nicht zu euch geflückt. Nee, der ging nie alleine. Der fliegt nie zu uns. Noch ne 83er Mod. Explosivkontakt schon wieder. Oh, Dächter. Stimmt. Hier hab' ich schon mal ein Video über X-Feuer aufgenommen, wo ich übelst verreckt bin. Ich denke mal in den ersten X-Feuer Videos. Wirklich, da müssen wir draufgucken. Nach ohne Tod. Wenn du schon gesagt hast, was passiert, werde ich mir eh nie angucken. Naja, das war halt die Brücke hier, wo die Wächter sich mit den... behaken. Die machen nämlich ordentlich Schaden, die Wächter. Wenn sie dann irgendwann auf uns geschossen hätten. Gut. Und Raketenheffer kommen wir auch noch angeflogen. Ja, also wir sind da sonst jetzt nicht gerade näher. Aua. Aua. Ich bin unterwegs. Okay, du machst das. Ich glaube, dass wir wieder verletzt werden. Und der. Und der. Und der. Ich werde echt sonst wo hinstellen und die schießen immer auf mich. Nö. Ich glaube, was endlich ist ja... Bis hat jemand einen besonderen Grunde gesegnet. Wo kommt der Raketenwerfer her, also Granatwerfer? Hier, von dem Typen. Den ich gerade umgebracht hab. Du? Ja. Ganz sicher? Ja. Ich hab wohl drauf gehalten. Was meinst du, was da angeflogen kam? Bin ich zusammen, Morgan, den Raketenwerfer? Ja. Im Verkaufen. Noch? Aber ich hab nachgefragt, ob ich vielleicht noch mal brauchen kann. Da oben steht was. Ja, dann mach weg. Da steht noch mehr. Gut, das andere Ding ist weg. Das andere auch. Schön, ich hab ihn derzeit nachgeladen. Das würde ich gern noch mal im Video sehen. Ich hab wieder so ein paar hinter dem... den... 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 den mit dem Schild sind. Aber im Multitär gehen die eigentlich noch? Da musst du irgendeine Aufmerksamkeit aufzusehen. Ja, Leute, wir haben hier noch ein Gate noch an. Super, danke. Nicht schön. Ne, aber ich hab wirklich gerade mich dort daneben gestellt und hinter dem... versteckt und nachgeladen und in dem Moment... Na, tot. Und das andere auch tot. Hm, na okay. Dann lassen wir's halt. Ich aktiviere mal das letzte vom Echo-Zeug, ne. Irgendwelche optischen Effekte? Das blaue Aufleuchten sonst, nie so wirklich. Wow. Toll. Nachschub ist immer gut. Uh. Warte mal. Warte mal. Oh, cool. Also wenn... wenn du mal inne hättest, die... die du nie brauchst. Eine Pistole hätte ich nämlich eigentlich auch ganz gerne mal inne. Einfach so. Die sind alle schlechter. Benni hat die eh ne gute gerade gekriegt. 400 noch was. Da fragt dann Benni, ob du die alte von ihm kriegst. Hm. Ich hab nen alten Revolver, den ich hier geben kann, der nie schlecht war. Ja eben, der gibt doch den... ...n Morrow. Ne, ich will Pistole kein Revolver. Ansonsten... hier ist auch noch ne goldene Pistole mit 92 Schaden und 16.000 Wert. Äh. Benni, wie viel war denn deine alte, wie viel Schaden? Ich glaub eher ganz links, die blaue ist am besten, oder? Für den drei, die da liegen. Beni? Ne, das ist die 27.000. Wegen zweifacher Explosive hatte ich 27.000 an Wert? Das probier ich mal raus kurz. Was? Wie, wie hoch war denn dein alter Revolver vom Schaden? 260. Hier, der da. Nicht hin. Oh cool. 64. Das ist genau der gleiche wie meine. Nur dass es ein Revolver ist und wahrscheinlich ein bisschen anders sieht. Ich hab nen Revolver. Sieht was anders aus. Ja. Oh, hat mir das was zählt? Kannst mir was geben, was 13.000 wert ist? Weil der war 13.000 wert, ich hätt ihn sonst verkauft. Äh. Oder ungefähr. Warte. So als Geldausgleich wär's dann. Wow! Danke. Warte mal, den kann ich sogar benutzen wahrscheinlich. Könntest du. Ich muss noch gleich helfen. Okay, also der ist auf jeden Fall besser, weil der hat ein besseres Zielfernrohr. Damit kann ich schön auf Länge jemanden flach machen. Das macht mir Schaden. So, jetzt hab ich noch einen besseren Raketenwerfer. Machen wir wieder runter, weil hier geht's am schnellsten. Ja. So, was geht man denn da aus ab? Ach, der Revolver hat bloß zwei Schuss im Magazin. Na herrlich. Das, was wir jetzt gemacht haben. Der andere, den ich hatte, hat auch bloß zwei Schuss. Ach ne, sechs Schuss. Euren Revolver. Ha! Ja. Na, das ist halt... Es gibt halt die besondere... Was machst du denn du? Wer schießt denn hier? Warte. Guck, guck bisschen mir die Einschlüsse hier an, wie genau die Waffe ist. Nee, ey. Abliefern. Aber bitte nicht links langlaufen. Das sind nämlich wieder diese tollen Wächter. Ich würde rechts langlaufen. Können die Wächter platt machen? Bring XP. Ja. Oh, kacke. 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 So kacke sind die gar nicht. Die kommen nämlich ran, dann hast du eigentlich eine Schrotflinde und dann machst sie weg. Weil du hast eigentlich... Das ist auch ein Schrotflindentyp von uns. Ich weiß doch nicht, warum die ganze Zeit keine Schrotflinde benutzt. Die Schrotflinden sind so geil. Einfach rangehen, bumm, tot. Aua. Wir müssen uns hin. Rechts auf jeden Fall. Nicht da weiter. Was? Nicht da weiter? Und die rücken runter? Nee, warte geradeaus, meine Morgel. So. So. Ich hab nichts getroffen. Nichts treffen. Entschuldige. Ganz da. Aber das macht gerade. Oh! Aber das macht gerade nicht. Wuuu! Verwecke. Wuuu! Geil! Lust aufgehauen! Ui hui 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 hui! Mir zeigt's oben nicht mehr an, ah jetzt zeigt's auch, dass wir aufnehmen. Hat grad zu viel. Auf einmal. Alle schön, alle bunten Farben. Verkaufen! Ach stimmt, da war ja noch was. Mit dem Ding, mit dem Raketenreferent sehe ich nichts mehr. Ich bin davon jetzt auch wie die Million jetzt drüber. Ich bin jetzt 1,2. Oh! Gibt's hier irgendwie nen Fast Travel? Da müssen doch bestimmt woanders hin, oder? Ne. Ne, wir müssen schon hin. Ach schon, wir müssen den Tennis jetzt zurück. Ja. Das wird mir nicht schon. Egal. Ich hab auch ein Schilder hier drin. Ich könnte mir sogar mal diesmal mal nichts hier umkaufen. Am Automaten, das ist krass, ne? Könnte es, wenn die sich mir selbst erfüllen würde. Wenn ihr meine Apparate mit ihm heisst. Oh! Ich hab noch ein Wendbar upgrade. Merkt ihr jetzt das? Das haben schon wieder... Oh! 92'er Schaden, nehm ich. Ich hab erst in 9.000. Ne, 9.000. 13.000. Will jemand ne 83'er Transfusion-Granate? Äh, warte. Ich womöglich. 83? 83 hier? Ja. Ich mach mal so hier hin. Äh, äh, äh. Kannst behalten. Du brauchst nix dafür jetzt hingeben. Du bist über einer Million drüber. Da erwarte ich, dass du... Dass das ohne alles geht. Dann erwarte ich, dass du mir bei Word of Tanks'n Panzer schenkst. Geht gar nicht. Das kriegst du irgendwie hin. Ja. Wie denke ich, auch meine Einschüßlöcher? Ja, aber ich seh irgendwie bloß ziemlich begrenzt ne Anzahl an Einschüßlöcher. Ja, aber ich seh irgendwie bloß ziemlich begrenzt ne Anzahl an Einschüßlöcher.